Musik Pünktlich zum Flaschen schließen Fangen wir auch das nächste Training an Ist gut Ich verbrauche weniger Energie und weniger Essen Das ist ziemlich geil Ist dann auch einfach nicht so teuer Einfach gehöter So ein bisschen Punching Ball Ne? Das vielleicht mal eben auf 3 bringen, wenn es geht Wäre schon besser Zumindest so viel wie möglich, mein Lieben Okay Mal eben wieder pumpen Wann ist das jetzt nochmal? Das wird wahrscheinlich morgen sein, ne? So Das will ich irgendwie nochmal auf 7 bringen Das auf 3 Die 11, die werde ich heute nicht mehr schaffen Auf gar keinen Fall Die 7 hier glaube ich auch nicht Die 3, ja Aber ob ich das sichern kann, das weiß ich auch noch nicht Ah, sieht aber gut aus Sieht gut aus Sehr gut Wunderschön Ich muss jetzt gleich Essen hier So So, wir laufen aber mal eben noch Okay, ich muss erstmal essen Zack 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 Eben noch laufen 7 schaffen Und sichern Für den nächsten Tag Weil heute ist nämlich der Großkampf Komm schon Na, klappt noch nicht so ganz Mal schauen, ob es jetzt klappt Ja, tja Sollte funktionieren Jetzt Ne, noch nicht Jetzt 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 Je nach Komm, auf nochmal Nice Sehr schön Wunderschön Was muss das So 5, 6, 8 10, 3, 7 Hm Mr. Kukuz Was ist das hier? Unendliche Energie Hast du weniger als 20% Energie Kosten alle deine Talente 70% weniger Energie Oh Oh Komm Hau ihn um Hau ihn um Nice Nice Ja 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 Nice Sehr schön Gut Komm Noch einmal Einmal noch Einmal noch Noch einmal Komm bitte Ja Nice Sehr schön Boah Der Champion Du bist jetzt Der Champion Großartig Dankeschön Dankeschön Kein Applaus Bitte Dankeschön Reihe von Geraden Eine Reihe von Schlägen Die moderaten Schaden verursachen Und Die Genauigkeit Den nächsten Schläge Erhöhnen Uh Das klingt Interessant So Dann machen wir Direkt hier weiter Da anmelden Hier weiter Oh Das wird schwer 1 11 6 Wird schwer Reihe von Geraden Möchte ich hier bitte mal Klaus rein weg Reihe von Geraden hin Das wird geil Wenn ich das mache Und das hier Oh 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 Das wird krass Oder ich treffe einfach gar nichts Ich treffe einfach gar nichts Doch da Der hat so ein scheiß Windstrom ausreichend Oder was das ist Hm Machen wir das mal eben weg Machen wir wieder Klauslein hin Komm Der hat sein scheiß Windstrom ausreichend Unglaublich Zack Zack Nice Zack Oh oh Ja Zack Komm noch einmal Einmal noch Ja Sehr schön Jetzt der nächste Der nächste Der nächste Komm Ja Okay So langsam müssen wir aber auch treffen Jawohl Komm Mach die Kombo Mach die Kombo Ja Super Nice Ja Sehr schön Komm Der hat keine Energie mehr Der hat keine Energie mehr Ja Runde 1 K.O Sehr schön Wow Wir sind echt gut Muss sagen Wir sind echt nicht schlecht Wir haben schon wieder 250 Dollar Zeit Mick zu besuchen Glückwunschamp Darauf habe ich eine lange Zeit gewartet Leider kann ich dir deine wertvoll Wohlverdiente Belohnung Nicht geben Aber Ich mag Belohnungen Warum könntest du sie nicht haben Mick Das hier ist die Medaille Sie ist magisch Ich habe die Medaille nach deinem Tod Nach dem Tod deines Vaters an mich genommen Du warst damals doch zu klein In den richtigen Händen kann es fantastische Dinger vollbringen Niemand weiß Wo die Medaille herkommt Aber sie vermag endlose Macht in ihren Träger zu erwecken Seit uralten Zeiten gab es Leute, die sie in Sicherheit verwahrt haben Die Jahre vergingen, die Verwahrer wechselten stetig Vor mehr als 20 Jahren schworen dein Vater und drei seiner Freunde die Medaille zu beschützen Ich war einer von ihnen Wir nannten uns den Punch Club Der Rotkronkorken war unser geheimes Zeichen Sie ist ein mächtiges Artefakt Und ich habe den Fehler gemacht Sie ist Silver anzuvertrauen Es ist dein Recht sie zu besitzen Das Problem ist, dass Silver sie nicht rausrücken will Zumindest nicht, bis mein nächster Schüler Die Profi-Karte im Playoff gewonnen hat Dann sollte ich das wohl machen Bin schon dabei Kampfliga Playoff Ausstellungsspiel Stufe Viertelfinale Nächster Kampf in Zwei Tagen Krass Dieser Anfängerliga ist jetzt einfach vorbei Ja, wir wollten hier eigentlich mal hin Da ein bisschen mal einkaufen Sag, grüßt mein Held Ich glaube, wir brauchen auch nichts anderes noch Geld Außer jetzt, um einzukaufen Okay, und die Tränke da hinten Aber die habe ich ja bis dann, glaube ich, noch nicht benutzt Aber vielleicht einmal So, eben schlafen gehen Und dann wieder fleißig trainieren Das ist wichtig So So Trainieren Go, go Komm Bau deine Muckis auf Das ist gut so So wirst du stark Ups Entschuldigung Hab ich mich jetzt eigentlich schon angemeldet Bei den Playoffs Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Wird schnell losfinden So So Okay Jetzt wieder pumpen Bitte Ja Nice Pumpen 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 So Vielleicht schafft ich ja sogar noch die Elf Ne Wird wahrscheinlich nicht klappen Die Playoffs sind heute Ich nutze den Tag jetzt noch ein bisschen Jetzt kriege ich auch wieder mehr Hunger und alles Deswegen kann ich jetzt eigentlich auch kämpfen Sieben Fünf Elf Zehn Drei Sieben Wird schwer Wird schwer Machen wir Close Line Zack Zack Nice Zack Nice Sehr schön Wunderbar Wow 112er Combo 112er 50 28 28 28 18 Erste Runde Easy win Nice Wir machen Wir machen Wir machen es ja gerade irgendwelche komischen Töne im Hintergrund hört Meine Mutter hatte gerade die grandiose Idee zu saugen Deswegen entschuldige ich mich schon mal dafür Äh Zack Zack Eben schauen Ob es noch mal Probleme oder so gibt In China Town gibt es Probleme zu Fuß Ich bin die dunkle Faust Grrr Nein Faune Jetzt Tschüss 15 12 Oha Das wird schwer Oder auch nicht Aber Oh krass Wir sind so Wir sind so OP Ne Wir sind einfach OP Das ist krass Das ist so krank Komm Einschlag noch Nice Easy Haha Wow Einfach nur wow Weg das Bären nochmal Geil Neues Talent Was ist das? Nicht unter 13 Okay Äh Wir 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 Gehen jetzt noch ins Roy An den Bus Damit es kein Set verstreicht Reden nochmal mit Adrian Verliebe dich Adrian du bist wunderschön Ich bin so glücklich Wenn ich bei dir bin Sind wir wirklich zusammen Mir scheint als hättest du nie Zeit für mich Das verstehe ich wirklich Ich verspreche ich werde mir mehr Mühe geben Plaudern Hallo 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 Die 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 Jetzt muss man auch wissen Manche mich jetzt verlieben kann Gerade meinte ja Ja Wir haben ja nie Zeit zusammen Und bla 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 Komm schon Gib mir irgendein Zeichen Kommt da jetzt noch ein Zeichen oder nicht Das weiß ich jetzt nicht Ja Sie hat sich verliebt Nice Verliebe dich Adrian bla 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 Ach Liebling Ich bin auch glücklich Ich hoffe nur dass ich dir wichtiger bin als Kämpfer Natürlich ich werde mehr Zeit mit dir verbringen Schwing der Liebe Deine Liebe wird erwidert Jetzt musst du nur noch genug Zeit für sie haben Ähm Ja 5,5,11 Wird auch wieder schwierig Du sollst dein Talent Die Reihe von Graben Nice So Da kommt die Schlag Keine Ahnung Shit Jetzt hab ich das Wort vergessen Schlagkombo Auf ihn zu Wie eine tödliche Welle Nice Kürtelst du kannst gar nichts Nice Komm Ein Hit noch Ein Hit noch Komm Jawoll So muss das Du gewinnst Komm Nächster Kampf Den sollten wir packen Komm Zack Okay Werman Das 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017